Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 89 Aberdeen Am Tag darauf, einem Sonntag, hatten Arthur und Molly fünf Gäste zum Mittag. Sirius war etwas verdutzt darüber, dass sogar Severus eingeladen war. Aber er verdrängte jeglichen Anflug von Gehässigkeit und schoss auf seinen Gegenüber nur verbal zurück, wenn eine sarkastische Bemerkung des Zaubertränkemeisters in seinen Augen zuverletzend war. Harry ahnte, dass er heute wegen etwas Besonderem eingeladen war, denn er wusste ja, dass Hermine und Severus schon gestern Abend von Arthur zu Gast gebeten worden waren, während Anne und Sirius lediglich davon ausgingen, Molly würde sie bekochen wollen. Arthur schenkte zum Hühnchen, welches es nachher geben würde, schon etwas weißen Wein ein und danach reinen, indem er sagte, Ich habe euch alle eingeladen, um etwas mit euch zu diskutieren. Severus und Hermine wissen es bereits, aber wir denken, dass ihr drei... Er blickte Sirius, Anne und Harry einmal in die Augen und sehr behilflich sein könnt. Es ist nichts Schlimmes passiert, oder? fragte Harry besorgt, doch Arthur konnte ihn gleich beruhigen. Nein, Harry, es ist eher eine Mission, für die wir euch in Betracht ziehen, erklärte Arthur. Aufgrund der fragenden Blicke, die ihm drei seiner fünf Gäste zuwarfen, fügte er hinzu. Als Minister habe ich momentan eine Plage am Hals, der ich Herr werden will. Dazu benötige ich die Hilfe von Menschen, denen ich erstens vollstes Vertrauen schenken kann und zweitens, die sich in der Muggelwelt auskennen. Ihr alle, selbst Severus, habt Erfahrungen in der Muggelwelt gesammelt. Ihr würdet zurechtkommen und nicht auffallen, weil ihr euch seltsam verhaltet. Neugierig, fragte Anne. Um was für eine Mission geht es denn? Nun... Arthur überlegte. Die Plage, von der ich vorhin sprach, ist eine sogenannte Sekte, wie Hermine herausgefunden hat. Wir haben Beweise dafür, dass sie zumindest für die Folter von Hexern und Zauberern verantwortlich sind und... Aufgeregt unterbrach Harry. Was? Eine Muggelsekte? Hat es auf uns abgesehen? Hier schaltete sich Hermine ein und gab einige Informationen wieder, die sie zusammengetragen hatte, indem sie sagte... Es geht um Hexenjäger, wenn man das in unserer heutigen Zeit so nennen kann, Harry. Es ist eine Gruppe von Muggeln, die von der magischen Welt wissen und offensichtlich sind wir denen ein Dorn im Auge. Plötzlich fiel Anne aus allen Wolken und aufgeregt schilderte sie... Die waren neulich an meiner Tür. Das sind die doch, von denen ihr sprecht, oder? Arthur und Hermine nickten. Molly verteilte die Teller mit der Vorspeise, Tomatensuppe und brachte Salz und Pfeffer zum Tisch, während Sirius fragte... Was genau soll diese Mission beinhalten? Ich meine, sollen wir jemanden umlegen, oder was? Sirius hatte es nicht ernst gemeint und schmunzelte verstohlen. Mit weit aufgerissenen Augen entgegnete Arthur. Bei Merlins Bad? Nein! Ich möchte eigentlich nur einen Wohnsitz überprüfen lassen. Eine Adresse, die ich habe. Es gibt noch einen anderen Ort, aber die Beschreibung ist sehr ungenau. Ein weiteres Haus soll nämlich ganz in der Nähe des verbotenen Birkenwaldes liegen, westlich von Aberdeen. Aber wenn ihr reisen solltet, dann muss Harry unbedingt einen Verhüllungszauber auf sein Gesicht legen, falls er dort kein Unbekannter sein sollte. Sirius lachte und fragte... Es geht im Spiel in der Arsche, warum schickst du doch nicht nur Severus? Der wird das schon alleine. Arthur unterbrach... Nein, denn wenn derjenige, den ich suche, dort angetroffen werden sollte, möchte ich, dass ihr vielleicht sogar Kontakt aufnehmt und ich will nicht, dass sich jemand dieser Gefahr aussetzt, ohne dass Verstärkung in der Nähe ist. Natürlich sollen nicht alle auf einmal den Mann ansprechen. Ich... Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss dringend etwas über diesen Mann erfahren. Vor allem muss ich wissen, ob die Information über den Wohnsitz überhaupt stimmt. Findet es heraus und wenn ihr den Mann dort antreffen solltet, dann haltet Augen und Ohren offen. Ich möchte herausfinden, ob man ihm etwas vorwerfen kann, für das wir ihn festnehmen können. Es herrschte einen Moment betretene Stille, bis Anne sagte... Wenn ich mich dazu äußern dürfte... Nach einem Nicken von Arthur sagte sie... Vorhin haben sie gesagt, Harry müsse einen Zauber tragen, der ihn unkenntlich macht. Ja, bestätigte Arthur. Weil ich davon ausgehen muss, dass die möglicherweise sogar den Tagespropheten kennen und daher auch Informationen aus unserer Welt haben. Harry ist eine prominente Persönlichkeit. Harry verzog, nur beschämt das Gesicht und blickte auf seinen Teller Tomatensuppe. Doch Anne warf noch ein. Naja, wenn diese Verbrecher den Tagespropheten lesen sollten, dann werden sie nicht nur Harry kennen. Erstaunt zog Arthur beide Augenbrauen in die Höhe, hörte aber weiterhin aufmerksam zu, als Anne erklärte... Sie werden in der Zeitung auch Sirius gesehen haben und Mr. Snape, über den ja noch wochenlang nach der Preisverleihung berichtet worden war. Selbst Miss Granger... Hermine unterbrach und bot ihr gleich das Du und die Verwendung ihres Vornamens an. So dass Anne sofort freudig davon Gebrauch machte, als sie sagte... Selbst Hermine war mehrmals im Tagespropheten abgebildet. Ich habe den nämlich auch immer gelesen, seit ich Sirius kenne. Und obwohl ich Hermine und Mr. Snape persönlich nicht sehr gut kenne, habe ich mir ihre Gesichter aufgrund der vielen Artikel eingeprägt. Bis auf mich sind alle vier dort möglicherweise keine fremden Personen. Was Anne gesagt hatte, hatte Arthur völlig aus der Bahn geworfen. Seine ganze Idee war mit einem Schlag zunichte gemacht worden. Jetzt würde er niemanden nach Aberdeen schicken, denn er wollte seine Freunde nicht ins offene Messer laufen lassen. Dann tragen wir vier eben einen Verhüllungszauber auf dem Gesicht. Er schlug Sirius vor, doch Arthur schüttelte den Kopf. Nein, ich habe das alles gar nicht bedacht. Es tut mir leid. Es ist keine gute Idee, Zivilisten nach Aberdeen zu schicken. Ich... Arthur seufzte und fügte leise an. Nein, nicht in meinem Auftrag. Dafür will ich nicht verantwortlich sein. Während des Essens blockte Arthur weitere Vorschläge, wie man in Aberdeen Informationen bekommen könnte, rigoros ab. Er wollte keinen seiner Freunde in Gefahr bringen. So ein Verhüllungszauber auf dem Gesicht konnte nämlich nachlassen, ohne dass man es sofort bemerken würde. Bei Harry und seinen magischen Fähigkeiten machte sich Arthur keine Sorgen. Würde Harry sein Gesicht magisch verändern, würde es so lange halten, bis er selbst den Zauber wieder aufheben würde. Bei Severus wäre das womöglich genauso. Aber was war mit Hermine und Sirius? Nach dem Essen verabschiedeten sich die Fünf und gingen nach draußen. Hermine war es, die zu allen sagte. Ich würde gern noch darüber reden. Wir könnten jetzt doch noch irgendwo hingehen. Wir könnten zu mir gehen, schlug Anne kurz und knapp vor. Severus verzog erst das Gesicht, bevor er sagte. Zu diesem Thema habe ich nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich dann. Moment, Severus. Sie werden dazu etwas zu sagen haben, denn ich habe mich entschlossen, auf jeden Fall nach Aberdeen zu gehen. Konterte Hermine. Sie haben gestern erst Ihren Vertrag gelesen und... Sie unterbrach ihn und erklärte besserwisserisch. Dort steht, dass Sie für meine Sicherheit verantwortlich sind, nicht aber, dass Sie meine Freiheiten einschränken dürfen. Sie können mir kein Verbot erteilen, was bedeutet, dass Sie wohl oder übel mit mir kommen müssen, wenn Sie sich solche Sorgen um mich machen sollten. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen und er starrte sie so eindringlich an, dass ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief, bevor er gefährlich leise zischelte. Wie dumm sind Sie eigentlich, dass Sie sich wissentlich in Gefahr begeben wollen? Keck erwiderte Hermine. Oh, wenn ich gehe, dann werden Sie ja mitkommen. Da fühle ich mich doch gleich um einiges sicherer. Mutig klopfte sie ihm zweimal auf die Schulter und Severus ließ resignierend den Kopf hängen. Harry schaltete sich ein und fragte, Wollen wir nicht doch noch zu Anne, um darüber zu reden? Die fünf apparierten in eine leere Gasse in London, die nicht weit von Annes Wohnung lag. Im Wohnzimmer befanden sich ein Dreisitzer und ein Sessel, auf den sich gleich Sirius fallen ließ, wie er es wohl oft tat, nachdem er die Wohnung betreten hatte. Setzt euch doch, sagte Anne und zeigte auf die Couch. Hermine und Harry nahmen als erste Platz, und zwar jeweils an den Armlehnen, sodass nur noch ein Platz zwischen den beiden frei war. Missa Deir, setzen Sie sich doch bitte. Ich fühle mich wohler, wenn ich stehe. sagte Severus mit schmieriger Stimme. Es war ihm anzumerken, dass Hermines Vorschlag ihm gegen den Strich ging. Einen kurzen Augenblick herrschte Ruhe, bis Anne Platz genommen hatte. Sie schlug sich selbst einmal auf die Schenkel und sagte gleich darauf. Ich gehe mit nach Aberdeen. Ja, super, sprudelte es aus Hermine heraus. Dann sind wir schon zu zweit. Nein, Hermine. Die Option, dass Sie mit Missa Deir allein fahren, haben wir gestern bereits verworfen. Das kommt nicht in Frage. Erwiderte Severus bestimmend. Dann kommen Sie mit, Severus. Ich kann meinen Verhüllungszauber über Tage aufrechterhalten. Harry hat mir Übungen beigebracht, mit denen es ganz einfach ist. Oklomentik-Übungen, die eigentlich zur Konzentration und zur Leerung des Geistes... Nein, wenn Severus mitgeht, dann gehe ich auch mit. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Anne und er... Serious verstummte. Severus blickte Serious hämisch an, bevor er überheblich klingend fragte. Wie sieht es mit Ihrer Konzentrationsfähigkeit aus? Können Sie ohne Ihren Zauberstab ein Verhüllungszauber herbeirufen und bewahren? Serious konnte es nicht, weswegen er nichts erwiderte, sodass Severus einmal schnaubte, bevor er leise sagte. Dachte ich's mir. Das wollte Serious nicht auf sich sitzen lassen und so konterte er. Ich kann meine Animagus-Form über viele Monate halten, ohne mich auch nur einmal zurückverwandeln zu müssen. Ich werde nicht mit einem Tier reisen, blaffte Severus ihn an. Hermine bekundete jedoch ihren Gefallen an dieser Idee und sagte... Warum eigentlich nicht? Viele nehmen ihr Haustier mit in den Urlaub. Damit hätten wir womöglich einen Trumpf im Ärmel. Serious könnte auf diese Weise nahe an Menschen herankommen und deren Gespräche belauschen, ohne dass er verdächtig wirkt. Ich finde die Idee wirklich gut. Hierzu hatte Severus letztendlich sein Einverständnis gegeben. Nur Anne hatte ihre Stirn in Falten gelegt, sodass Hermine fragte... Findest du die Idee nicht gut? Anne zuckte mit den Schultern, bevor sie entgegnete. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich momentan überhaupt nicht, wovon ihr sprecht. Mit einer elegant gehobenen Augenbraue fragte Severus... Er hat ihn nie seine... Ich werde schon noch zeigen, was damit gemeint ist... unterbrach Serious, der Anne bisher nicht einmal davon erzählt hatte, dass er sich in einen großen, schwarzen Hund verwandeln konnte, weil er geglaubt hatte, das könnte sie erschrecken. Bisher hat er sich Harry nicht zu der Idee geäußert, auf eigene Faust nach Aberdeen zu fahren, sodass Hermine sich genötigt fühlte, auch ihn zu fragen. Harry, du kommst doch auch mit? Harry konnte noch immer nichts sagen, aber er nickte zustimmend, bevor sie alle zusammen noch einige Pläne schmiedeten. Noch vier Tage lang hat Severus versucht, seine Schülerin wieder von ihrer Idee abzubringen. Doch letztendlich hatten sie sich am Freitag, dem 26. September, mit ihrem Gepäck und in Muggelkleidung gehüllt, in London bei Anne eingefunden. Harry war schon früher angekommen und trug, wie Hermine und Severus selbst, nur eine unauffällige Tasche mit dem Notwendigsten. Serious hingegen schleppte einen Koffer, sodass Severus es sich nicht verkneifen konnte, mit einem fiesen Grinsen zu fragen. Was haben sie denn da drin? Ist er bis zum Rand voll mit Hundekuchen? Bevor Serious zurückfeuerte, erklärte Anne völlig gelassen. Ich habe nur noch diesen Koffer und keine einzige Tasche mehr. Sie wühlte in einer Schublade, zog etwas heraus, bevor sie erfreut sagte. Zum Glück, hier ist mein Ausweis. Hatte ihn verlegt. Hermine schlug sich eine Hand vor den Mund. Du meine Güte, da habe ich gar nicht dran gedacht. Harry, hast du noch einen Ausweis aus der Muggelwelt? Fragte Hermine. Ja, schon. Aber der ist abgelaufen, glaube ich. Ich habe ihn sowieso nicht bei mir. Antwortete Harry verstummend. Denn jetzt begriff er, dass man ohne Ausweis weder ein Auto noch ein Hotelzimmer mieten konnte. Gut, das könnte Anne besorgen. Aber was, wenn sie in eine Polizeikontrolle geraten würden? Keine Sorge, warf Serious ein. Ich habe mir von Mandankes fünf falsche Ausweise besorgen lassen. Niemand wird hier mit seiner echten Identität reisen müssen. Anne blickte ihn fassungslos an, bevor sie erklärte. Ich kann aber nicht mit falschem Ausweis reisen. Meine ganzen Kreditkarten laufen auf Anne Adair und nicht auf... Wie heiße ich auf dem anderen Ausweis? Serious zuckte mit den Schultern und gab jedem seinen falschen Ausweis. Oh nein, ich bleibe Anne Adair und werde nicht zu Deary Bladder. Niemals. Außerdem hast du zwar einen falschen Ausweis besorgt, aber was ist mit einem Führerschein für mich? Fragte Anne. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht, aber du hast recht. An einen Führerschein habe ich nicht gedacht. Dann fährst du ehemals du selbst. Dich kennt man ja eh nicht. Bestätigte Serious. Harry, Hermine und Severus hatten sich ihre eigenen falschen Namen eingeprägt, bevor sie ihre Ausweise in die Jackentasche steckten und sich daran machten, nach Ibanez zu apparieren, um dort ein Auto zu mieten. Es wäre unauffälliger, wenn sie einen kurzen Weg mit dem Wagen zurücklegen würden, um damit auch direkt vor einem Hotel zu parken, anstatt zu Fuß und Taschen und Koffern aus einer dunklen Gasse zu kommen. Die Fahrt würde, wenn sie die A96 nehmen würden, weniger als drei Stunden dauern. In Ibanez waren sie lautlos und unbeachtet unter einer Brücke, die über den Ness River führte, angekommen und Severus befahl sofort, die Verhüllungszauber anzuwenden. An Serious gerichtet sagte er, Ein letzter, böser Blick sollte für dieses Wochenende hoffentlich der letzte sein, dachte Severus, was er von Black sehen würde, bevor er sich mit einem Köter herumschlagen müsste. Erst gestern hatte Serious, nachdem er die Tage zuvor mit ihr lediglich darüber geredet hatte, seiner Verlobten letztendlich auch gezeigt, wie er als Hund aussehen würde. Und er hatte sie tatsächlich ein wenig erschreckt. Doch jetzt nahm sie wie selbstverständlich sein Halsband und Leine aus ihrer Handtasche und leinte Tatze an, was Severus wieder dazu veranlasste, eine spitze Bemerkung zu machen, die zum Glück nur Hermine hören konnte. Harry, Hermine und Severus legten wort- und stablos ihre Verhüllungszauber auf das Gesicht, der sie völlig anders aussehen ließ. Augen und Haarfarben waren nun eine andere, selbst die Frisuren waren fremd. Sie verließen den Platz unter der Brücke und gingen die Stufen hinauf, die in die Stadt führten. Die Autovermietung betrat nur Anne und sie hatte einen Wagen besorgt, der glücklicherweise groß genug war, damit jeder etwas Beinfreiheit haben würde. Die Fahrt nach Aberdeen, obwohl es nicht so weit war, musste jedoch unterbrochen werden. Tatze hatte so jämmerlich gewinselt, dass Anne angehalten hatte und Harry die Schiebetür des Wagens öffnete. Draußen hatte sich der Hund übergeben und es hatte eine Viertelstunde gedauert, bevor er mit viel gutem Zureden wieder ins Auto gestiegen war. Man hatte die Plätze getauscht und Tatze vorn sitzen lassen, sodass Severus hinten zwischen Hermine und Harry Platz genommen hatte. Etwas später musste die Fahrt erneut unterbrochen werden. Missa Dea, wenn Sie die Güte hätten, noch einmal anzuhalten, ich glaube, der Geruch von Erbrochenem, der weiterhin aus der Schnauze dieser Flohschleuder dort vorn strömt, schlägt auch mir auf den Magen, konnte Severus trotz aller Übelkeit noch höflich vor sich geben. Hermine war Severus auf eine Wiese gefolgt und hielt ihm eine Flasche Wasser hin, die er dankend entgegen nahm. Dann entnahm sie einer kleinen Dose eine Pille und sagte, Hier, nehmen Sie die. Ist gegen Reiseübelkeit. Auch dafür bedankte er sich. Die kurze Reise im Auto war Tatze und Severus nicht sehr gut bekommen, sodass sie sich beide in einem kleinen gemütlichen Hotel mit nur zwei Stockwerken zunächst im Wartebereich niederließen und den anderen die Aufgabe überließen, Zimmer zu besorgen, weswegen Severus Hermine seinen Ausweis überreichte. Die Frau an der Rezeption setzte ihr geübtes, strahlendes Lächeln auf, als Harry, Anne und Hermine sich näherten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? fragte die Dame, auf deren Schildchen über der Brust Mrs. Becker stand. Eine andere Frau hinter ihr, die ebenfalls an einem Computer saß, lächelte die potenziellen Gäste freundlich an und nickte grüßend. Wir hätten gerne ein Zimmer und... Anne wurde unterbrochen, als die Hotelangestellte fragte, Haben Sie reserviert? Nein, haben wir nicht. Sie haben doch Zimmer frei, oder? Wollte Anne wissen. Einen Moment bitte, bat die Dame höflich und wandte sich ihrem PC zu. Sie tippte hier und da, machte dabei ein angestrengtes Gesicht und seufzte am Ende einmal, bevor sie an Anne gerichtet sagte, Es sind leider keine Zimmer frei. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und meist ausgebucht. Entmutigt blickte Anne zunächst Harry und Hermine an, bevor Anne jedoch eine Idee hatte und fragte, Checkt heute vielleicht jemand aus? Die Hotelangestellte zog beide Augenbrauen hoch, bevor sie sich erneut dem Monitor zuwandte und sich die Prozedur an der Tastatur wiederholte. Ja, Sie haben Glück. Es werden heute zwei Zimmer frei und die sind am Anschluss noch nicht vergeben. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Fragte sie breit lächelnd. Sie fügte noch schnell an. Für Ende nächster Woche sind diese Zimmer nämlich gebucht. Wir wollen nur bis maximal Sonntag bleiben. Die Zimmer würden wir gern nehmen. Entgegnete Hermine erleichtert. Gut, Ihre Ausweise hätte ich dann gern, forderte die Dame freundlich, während sie ein Formular zu Anne hinüberschob. Wenn Sie das hier bitte ausfüllen würden? Hermine nahm Anne und Harry den Ausweis ab und legte ihren und den von Severus hinzu, bevor sie sie der Dame reichte. Anne war mit dem Formular fertig und reichte ihn ebenfalls hinüber. Die Dame tippte und prüfte, tippte und sagte letztendlich, nachdem sie fertig war. Sie müssen sich bis 12 Uhr noch ein wenig die Zeit vertreiben, bis die Hausmädchen die Zimmer hergerichtet haben. Die Code-Karten, mit denen Sie später die Zimmer öffnen können, können Sie um 12 Uhr hier an der Rezeption abholen. Ihr Gepäck können Sie in der Zwischenzeit mir zur Verwahrung geben. Das Restaurant zu ihrer Rechten hat geöffnet, falls Sie dort warten möchten. In einer Dreiviertelstunde konnte man nicht allzu viel erledigen und da sich Severus sowieso darüber beschwerte, dass die Tablette gegen Übelkeit ihn schläfrig gemacht hätte, entschloss man sich dazu, sich ins Restaurant zu setzen, in welchem sich nur zwei junge Pärchen und ein reifes Paar mit zwei Kindern befand. Tatze nahm unter dem Tisch Platz, denn Hunde waren hier zum Glück nicht verboten. Womit fangen wir an? Gehen wir nachher mal mit dem Hund spazieren? Und das auch noch zufällig in der Langdykes Road? fragte Hermine. Ich fände es auffällig, wenn vier Personen hinter einem Vierbeiner herliefen, Hermine, erwiderte Severus leise. Harry schlug vor, wir essen erst einmal, checken dann in die Zimmer ein und treffen uns danach in einem der Zimmer, um in Ruhe darüber zu reden. Ich habe jetzt erst einmal Hunger. Nach einem Blick in die Menükarte entschloss sich Harry für ein Toonfish-Sandwich, Anne für ein Hawaii-Toast und Severus für den Salat mit Krabben. Doch Hermine konnte sich nicht entscheiden. Unauffällig reichte Severus ihr die Karte mit den Desserts und dort wurde sie tatsächlich fündig. Später an der Rezeption mussten sie kurz warten, doch dann rief die Dame, bei der sie schon vorhin gewesen waren, Mr. Parris, Mr. Irvine? Severus und Harry horchten bei ihren falschen Namen auf und gingen nach vorne. Hermine stutzte ebenfalls, denn eigentlich war einer der Nachnamen auch ihr falscher Name. Anne und Hermine folgten den beiden. Da sagte die Dame an der Rezeption plötzlich freudestrahlend an Hermine gerichtet. Mrs. Parris, kommen Sie doch bitte einen Schnitt näher heran. Hermine fielen fast die Augen aus dem Kopf, als ihre Gehirnzellen die Tatsachen kombiniert hatten, dass sie und Snape den gleichen Nachnamen trugen. Doch sie trat näher an die Theke heran und die Dame reichte ihr einen kleinen Präsentkorb mit einer Flasche Sekt und ein paar Pralinen mit den Worten, Für sie und ihren Gatten als Entschuldigung für die Wartezeit. Wie in Trance nahm Hermine den Korb entgegen, während sie immer wieder die Worte von Mrs. Becker im Kopf wiederholte. Anne anblickend sagte die Dame, Für sie, Miss Adair, auch ein kleines Präsent. Und Anne bekam ihren Präsentkorb und gleich darauf die Code-Karte für das Zimmer. Mr. Parris, sagte die Dame und hielt auch Severus die Code-Karte vor die Nase. Doch er griff nicht zu, sondern schien genauso erstarrt zu sein wie Hermine. Dann vielleicht Ihre Frau, sagte Mrs. Becker etwas zögerlich und winkte mit der Code-Karte in Richtung Hermine. Harry trat Hermine sanft auf den Fuß und das erweckte sie endlich. Oh, ja, danke. Ich trage den Namen noch nicht so lange, wissen Sie? Es ist seltsam, so angesprochen zu werden. Versuchte Hermine sich herauszureden, womit sie bei Mrs. Becker auf Verständnis traf. Ja, das ging mir auch so nach meiner Hochzeit, sagte sie lächelnd. Ihr Gepäck ist schon auf Ihrem Zimmer. Beide Zimmer sind im zweiten Stock, gleich links, wenn Sie aus dem Fahrstuhl treten. Danke, war das Einzige, was Hermine gerade mal entgegnen konnte. Im Fahrstuhl sagte keiner ein Wort. Nicht einmal Tatze gab einen Laut von sich. Mit einem BING öffnete sich die Fahrstuhltür in den zweiten Stock. Der Fahrstuhl war so schleichend langsam gefahren, dass jedem Melodie von The Girl from Ipanema für etliche Minuten im Ohr nachklang. Selbst noch, als sie ihre Zimmer, die sich gegenüber lagen, längst erreicht hatten. Anne und Hermine steckten je ihre Code-Karte in den Schlitz, was Severus genau beobachtete, bevor die rote Lampe grün leuchtete und die Tür sich öffnen ließ. Wir kommen gleich zu euch rüber, sagte Hermine, bevor sie die Tür weit öffnete und hineinging. Severus folgte ihr und öffnete auf seinem Weg neugierig die erste Tür, die sich noch im Flur befand. Ein Badezimmer, klein, aber schick, verbarg sich dahinter. Nachdem er das Bad kurz inspiziert hatte, ging er über den Flur weiter nach vorn und bemerkte, dass Hermine wie versteinert etwas Bestimmtes anstarrte. Er stellte sich neben sie und folgte ihrem Blick. Und dann, als er es sah, lief ihm eine Gänsehaut über den Rücken hinunter. Hermine schluckte beim Anblick des Doppelbettes. Sicherlich ließ sich die Zimmerbelegung noch ändern, hoffte sie. Sie fühlte, wie ein unbekanntes Kribbeln sich in ihr breit machte und sie deutete es als Beklemmung. Heimlich warf sie einen Blick zur Seite und sie war betroffen, als sie Severus betrachtete, denn in seinem Gesicht hatte sich der blanke Horror abgezeichnet. Mit einem Male schaute er sich zügig im Zimmer um, bevor er sagte, Er verstummte, als Hermine sich im Zimmer umsah und selbst bemerkte, dass sich im Zimmer neben dem Schränkchen lediglich ein Tisch und zwei Stühle befanden. Es wäre unachtsam, für die Nacht einen Gegenstand in ein Bett zu verwandeln, falls es einen Notfall geben sollte und jemand Fremdes ins Zimmer kommen würde, sagte sie mit schwacher Stimme. Severus fügte hinzu, Außerdem sollten wir nicht zu viel zaubern, damit Arthur nicht in irgendeiner Art und Weise auf uns aufmerksam wird. Sie wissen ja, dass jede magische Bewegung, die von einem Zauberstab herrührt, im Ministerium registriert wird. Sie nickte und fragte besorgt, Vielleicht können wir das Schlafarrangement noch mit den anderen besprechen? Das müssen wir wohl, Erklärte er mit zittriger Stimme, als sein Blick wieder auf das Doppelbett fiel. Er räusperte sich, bevor er empfahl. Gehen wir rüber. Auf dem Flur trafen sie auf Harry, der auch eben rüberkommen wollte. Severus konnte das Problem mit der Zimmerbelegung bei Harry nicht ansprechen, denn eine Angestellte, die vorhin schon unten an der Rezeption zu sehen war, kam aus einem der anderen Zimmer heraus, hatte ihn gehört und fragte besorgt, Oh, Mr. Paris, gefällt Ihnen und Ihrer Frau das Zimmer nicht? Das Hotel war offensichtlich so klein, dass die Angestellten ihre Gäste sofort beim Namen kannten. Hermine schaltete sich ein und erklärte, Nein, wir wollten nur mal das andere Zimmer sehen, falls wir tauschen möchten. Die Dame nickte und sagte, bevor sie die Gäste alleine ließ, Kein Problem, wenn Sie tauschen möchten, sagen Sie mir nur Bescheid, damit dann die Näpfe für den Hund ins richtige Zimmer gebracht werden können. Reden wir erst einmal, sagte Harry und bat Hermine und Severus zu sich hinein. Die Zimmertür war nun verschlossen und die Vorhänge zugezogen, sodass Tatze sich zurückverwandeln konnte. Sirius schlug gleich vor. Harry und Severus können zusammen ein Zimmer nehmen. Dagegenhaltend, sagte Hermine, Und ich mit dir in einem? Nein, kommt nicht in Frage. Ich werde nicht mit Severus ein Zimmer teilen und... Harry unterbrach seinen Patenonkel und erklärte, Wir haben nur zwei Zimmer und je zwei Doppelbetten, Sirius. Du wirst am besten als Tatze übernachten, und zwar am Fußende. Nicht bei Severus im Zimmer, verlangte Sirius. Hermine fasste sich an die Stirn und es schien, als hätte sie Kopfschmerzen bekommen. Neben sich vernahm sie zudem ein leichtes Knurren und es kam von Severus, der mit so einer Reiberei anscheinend gerechnet hatte. Harry schlug vor, Anne und Hermine in ein Zimmer und wir drei. Dieses Mal unterbrach Severus und schlug vor, Ich kann im Auto schlafen. Mit großen Augen blickte Hermine ihn an und fragte, Damit die Hotelangestellten glauben, wir hätten unseren ersten Ehekrach gehabt, kommt gar nicht in Frage. Außerdem ist es jetzt nachts nicht mehr so warm, dass sie im Auto schlafen könnten. Das können wir doch noch später diskutieren. Wir sind wegen anderen Sachen hier. Vielleicht sollten wir überlegen, wie wir Mr. Hopkins über den Weg laufen. Warf Harry ein. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020